Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Thema dieses Videos ist mein einjähriges YouTube-Jubiläum. Vor ungefähr einem Jahr habe ich meinen YouTube-Kanal erstellt und meine ersten Videos hochgeladen. Und aus diesem Anlass wollte ich einfach mal ein bisschen darüber reden, über meine Erfahrungen, die beliebtesten Videos, meine Lieblingsvideos und die schwächsten Videos, die mich ein bisschen enttäuscht haben. Außerdem komme ich dann am Ende noch dazu, wie es eigentlich mit diesem Kanal weitergeht. Ob ich den Kanal jetzt weiter betreibe oder ob ich das Ganze jetzt einstampfen werde nach einem Jahr. So, zunächst einmal. Wieso lädt man eigentlich YouTube-Videos hoch? Also einerseits dachte ich, es ist eigentlich ein ziemlich cooles Hobby, denn ich verbringe ziemlich viel Zeit auf YouTube und dachte mir, ich könnte eigentlich auch meinen Teil dazu beisteuern zu dieser Community und habe mir überlegt, ich möchte Videos machen zu Themen, die mir gefallen. Ich dachte zunächst ans Studium, aber auch ans Technik, weil Technik-YouTuber sind die, die ich persönlich am meisten verfolge. Das Coolste an der ganzen Geschichte ist eigentlich das Gefühl, wenn man ein Video fertig aufgenommen und geschnitten hat, das Schnitt ist eigentlich der Großteil des Videos, denn die Aufnahme dauert meistens so eine halbe Stunde bis eine ganze Stunde und der Schnitt meistens 5 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden. Aber dieses Gefühl, wenn man das Video hochlädt, nachdem es fertig ist, ist einfach echt cool. Und ganz besonders schön ist es, wenn man dann von Freunden und Bekannten persönlich Feedback bekommt, und aber auch von vollkommen unbekannten Personen, wo es auch schon das ein oder andere gute Feedback gab. Schlechtes Feedback gab es auch, aber nicht so viel und zum Glück kam auch kein beleidigendes Feedback, was man ja von einigen YouTubern öfters mal hört. Die beliebtesten YouTube-Videos. Ich blende euch da gleich mal ein Bild ein. Da könnt ihr dann selbst sehen, also das erfolgreichste Video war wohl mit einem kleinen Abstand die Campus-Tüte 2019-2020. Hier packe ich eigentlich nur die Campus-Tüte auf und es war eine ziemlich spontane Aktion, weshalb es mich auch überrascht, dass es so viele Klicks hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich echte Menschen waren, die es sich angeschaut haben, weil es nur 12 Likes gab im Verhältnis zu den 700 Klicks. Könnte aber auch sein, dass es einfach nicht so gut angekommen ist. Ich meine, es war kein aufwendiges Video. Dann ein Video, auf das ich persönlich sehr, sehr stolz bin. Das auch in meinen Augen mein gelungenstes Video ist, ist mein Samsung Galaxy S10e Review, in dem ich speziell auf die Akku-Problematik eingehe, weil darauf irgendwie keiner eingegangen ist. Hier seht ihr auch mal gleich noch ein schönes Bild zur Akku-Problematik. Das ist quasi die Analytics und die zeigt auch, dass die Klicks fortlaufend immer größer wurden. Also es wird konstant angeschaut und immer noch. Da ist es dazu bei, dass ich konstant meine Klicks kriege. Generell kann man sagen, ich kriege so 500 Klicks im Monat im Schnitt. Der Peak war schon bei über 1000 Klicks im Monat auf allen Videos zusammen. Aber 500 Klicks ist momentan so das, wo er sich einpendelt. Und das ist schon echt beeindruckend, dass ich 500 Klicks im Monat bekomme. Wenn man bedenkt, dass ich das nur als ein Hobby betreibe. Also bin ich echt zufrieden. Ein weiteres sehr beliebtes Video war noch die Carl Zeiss Tessa Reparatur. Die war nie wirklich erfolgreich, aber es zeigt doch Interessierten, wie man das Objektiv überhaupt öffnet. Was für mich anfangs eine Herausforderung war, weil ich nicht wusste, dass es unterschiedliche Versionen gibt und nicht alle Anleitungen passen. Dann scharfe Fotos über ISO-Einstellungen. Das ging zu seiner Zeit echt durch die Decke und ich war mega happy über das Feedback, das ich bekommen habe. Hier zeige ich eigentlich nur einen kleinen Trick, aber der persönlich hat mir viel geholfen. Danach kam noch das Unboxing der Grafikkarte. Das war in meinen Augen nicht so gelungen. Es war recht redundant. Ich habe mich wiederholt. Aber es ist cool, dass es trotzdem so gut angenommen wird. Und noch mein Hidden Champion, obwohl es eigentlich so die Top 5 sind, ist dann die Sony A6000 bei ISO 25600. Das Video, finde ich, ist mir persönlich einfach sehr gut gelungen und es spiegelt sich auch in den Klicks wider. Denn es ist hier in der Liste das neueste Video und ist aber trotzdem schon recht nah dran an den Videos, die eben mehr Klicks haben. Dann kommen wir zu meinen persönlichen Favoriten. Meine persönlichen Favoriten sind Photographer's Thoughts. Das habe ich erstellt, dieses Video an einem Wochenende bei einem Contest vom YouTuber Peter McKinnon. Da bin ich früh aufgestanden, habe gesehen, es gibt einen Videocontest. Ich hatte noch ungefähr 60 Stunden bis zur Abgabe. Habe mir dann beim Frühstück überlegt, wie könnte ich denn das Video gestalten. Habe dann das Video eben dementsprechend gedreht. Dann bis spät in die Nacht um, ich glaube, 2 Uhr nachts geschnitten und hochgeladen zum Contest. Und es hat für den Preis nicht gereicht. Ich habe auch gesehen, die Videos, die gewonnen haben, waren einfach weitaus besser. Aber ich persönlich bin sehr stolz und finde es ein bisschen schade, dass es so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber man muss auch dazu sagen, es ist weder lehrreich, noch in gewisser Weise speziell unterhaltsam bezüglich einem speziellen Thema. Weshalb ich auch verstehe, dass es einfach keine richtige Zielgruppe gibt und dass es dementsprechend auch selten geklickt wurde. Aber ich persönlich habe es mir schon sehr oft angeschaut, das Video. Gefällt mir echt gut. Und ich zeige es auch immer wieder gerne. Eben ein weiteres Video, auf das ich sehr stolz bin, ist die Sony Alpha 6000 bei ISO 25600. Einfach weil ich der Meinung bin, hier habe ich ziemlich gut mal was rübergebracht in der Thematik. Und ich persönlich finde generell ist es gut gelungen. Und das zeige ich auch im Freundeskreis gerne mal so auf dem Handy weiter. Dann kommen wir noch zu meinen schwächsten, am wenigsten geklickten Videos. Ganz vorne dran ist dann einmal der Tannenzapfen. Das ist einfach nur ein B-Roll. Es ist wirklich kein sehenswertes Video. Aber ich war damals locker 8 Stunden am Schnitt für diesen kleinen B-Roll. Weil ich selber noch nicht zurechtkam mit dem Schnittprogramm und wollte es dann einfach hochladen. Es war so ein kleines Goodie. Es wurde nicht angenommen und es ist auch nicht schlimm. Wesentlich mehr Zeit habe ich schon in einem Vlog gesteckt beim Longboardfahren. Finde ich ein bisschen schade, dass es nicht so ankam, aber ist okay. Aber was mich am meisten verwundet ist der Fotografie-Quick-Tip. In dem ich den Zusammenhang zwischen Blende, Verschlusszeit und ISO-Einstellung erkläre. Dass das irgendwie durch den YouTube-Algorithmus gefallen ist und nur 30 Klicks bekommen hat. Obwohl ich da ziemlich viel Zeit und Arbeit reingesteckt habe. Ist ärgerlich, aber was will man machen? Ist ja eigentlich auch kein Thema. Es zeigt mir allerdings auch, dass es einfach auch was durch den YouTube-Algorithmus fallen kann. Was eigentlich hilfreich sein kann und lehrreich sein kann. Und wiederum die Campus-Tüte ist in meinen Augen vollkommen unschlüssig. Wie so ein, in Anführungszeichen, trashiges Video so erfolgreich sein konnte. Ich meine, die aktuelle Campus-Tüte habe ich mir wesentlich mehr Mühe gegeben. Ich hatte ein Skript dazu. Das war kein Ding, aber ich war überrascht, wie dieses eine Video mit Blende, Verschlusszeit, ISO so untergehen konnte. Aber ist halt so. So, wie geht es weiter mit dem Kanal? Also, ich habe mich entschlossen, ich möchte den Kanal weiter verfolgen. Wer mich abonniert hat, weiß auch, ich habe schon einen Monat kein Video mehr gebracht. Normalerweise war ich immer im Zwei-Wochen-Takt unterwegs. Aber ich habe einfach momentan privat sehr viel mit Prüfungen zu tun von der Universität. Und dementsprechend stelle ich YouTube einfach mal als ein Hobby zurück. Ich sehe es auch nur als ein Hobby und als nichts anderes. Auch wenn ich Amazon Affiliate-Links eine Zeit lang in meinen Kommentaren hatte. Das hat sich außerdem wieder momentan eingestampft. War auch nur ein Versuch. Aber ich generell habe jetzt keinen Drang, ständig Videos zu posten. Es wird aber weitergehen mit diesem Video. Dann möchte ich voraussichtlich ein Video machen zur aktuellen Kameramarkt-Thematik, weil ich wirklich sehr, sehr viel dazu recherchiert habe und selber auch den Wunsch hege, mir einen neuen Body zuzulegen oder vielleicht ein neues Kamerasystem. Dazu komme ich dann später. Und ich habe auch schon ein Video zu einem weiteren Retro-Objektiv in der Mache, dem Helios 44-2. Das ist eine 58mm Festbremsweite, die schon sehr, sehr alt ist und mit M42 adaptiert werden kann. Und das Video wird auch noch kommen. Abschließend möchte ich mich bei euch nochmal bedanken. Vielen Dank also an euch. Es ist echt cool, dass ich eben Feedback bekomme, dass so viele Leute meine Videos schauen. Und das macht YouTube einfach zu einem besonders schönen Hobby, weil ich auch die Plattform sehr genieße. Und ja, also vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Video und ciao. Laute Nachbarn. Laute Nachbarn.